hallo willkommen zurück zu einem neuen video ja diesmal möchte ich noch mal weihnachts ornamenten gießen und ich möchte sie weiß halten mit einer menge glitzer und hier mixe ich mir gerade mein glitzer zusammen das ist einmal das hell gold twinkle also light gold twinkle so nennt die laura das von lauras art corner das mixe ich mir in mein harz das hat ist übrigens dass die neue formel von dem b20 ich wollte mal ausprobieren was ich mit dem b20 erreichen kann und dann habe ich mir gedacht ich mache noch ein bisschen von dem holographischen glitter ich habe zwei holographische glitter auch von der laura ich suche mir das gerade schlecht vorbereitet petra und suche mir das bessere von beiden aus also für meinen geschmack das bessere obwohl die sich beide sehr sehr ähnlich ist das eine ist nur etwas gröber und das habe ich jetzt hier auch verwendet und mixe mir das zusammen mit meinem gold und das ganze ergibt halt einen helleren ton mit dem glitzer und das gefällt mir persönlich sehr gut und ich nehme jetzt mein weiß mixe das in mein harz sehe zu dass ich das ein bisschen mehr opaak mixe als die blumen wenn ich die blumentechnik mache und ich gebe auch noch ein bisschen von dem interference gold auch beide artikel habe ich von der laura von lauras art corner ich verlinke laura in meine beschreibungsbox auch den rabattcode falls ihr euch dafür interessiert ja und dann mixe ich mir halt jetzt hier mein weiß zusammen für mich ist es noch nicht ganz opa genug deswegen taste ich mich auch oft einfach so ran und gibt dann noch mal ein kleines bisschen hinzu ist am besten immer wenn ihr erst ein bisschen weniger nehmt und dann wirklich seht dass ihr euch langsam an die farbe oder an ja an das weiße herantastet damit es nicht direkt zu schwer wird das kann ich euch so als tipp geben so und dann geht es auch schon los ich gieße mein glitzer in dem unteren bogen von der von der weihnachtskugel ihr seht das einfach am rand entlang das mache ich für alle drei dann nehme ich mir mein klares harz und ich fühle die form nur so dass der boden bedeckt ist dass überall ein bisschen harz ist übrigens die form wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt ist von modes and shapes natürlich verlinke ich modes and shapes in meine beschreibungsbox und auch meinen rabattcode ja da war was in meinem harz drin soll ich mir eben raus und dann gehe ich mit meinem weiß mix den anderen also gieße ich praktisch den anderen äußeren bogen auf ist an sich ähnlich wie ich letztens die weihnachtskugeln gegossen habe jetzt fülle ich das ganze auf mit meinem klaren harz ihr seht was ich mache ja wie gesagt das ist ähnlich wie ich letztens die weihnachtskugeln auch gemacht habe nur da habe ich das weiße ganz ringsherum gegossen und hier habe ich jetzt halb glitter und halb weiß so jetzt gehe ich in den stern und in den kleinen stern spitzen gieße ich mir mein glitter mix ganz vorsichtig weil das soll wirklich nur in die spitzen rein das glitzert und funkelt das kommt gar nicht auf dem video so rüber aber wenn ich die ornamente in real sehe das ist schon der wahnsinn aber dazu kommen wir später jetzt will ich mir wieder das ganze so auf dass nur der boden bedeckt ist dass ich ein bisschen das glitter zur seite schubs und dann nehme ich mir mein weiß dies einfach in die mitte rein ja das habe ich mir dann ganz spontan überlegt keine ahnung was dabei rauskommt dann fühle ich mir meine ganze form wieder mit meinem klaren harz auf und jetzt ist das weiß praktisch relativ dünn ihr seht das mal gucken was was das ergebnis ist und jetzt die glocken und dann fühle ich mir praktisch an dem glockenschläge nur mein glitter mix dann fühle ich mir wieder den boden so leicht auf ihr seht das und dann nehme ich mir mein weißes harz ja da habe ich ein bisschen zu viel in diese glocke rein gegossen also man muss schon vorsichtig sein dass man nicht zu schnell gießt also ihr seht mir passiert das genauso aber jetzt nehme ich mir mein weißes harz und ich gieße einfach praktisch am oberen rand der glocke mein weiß ähnlich wie es bei den kugeln gemacht habe und dann fülle ich mir meine form wieder mit dem klaren harz auf und dann nehme ich mir noch mal meine weiß und gehe noch mal am rand entlang bei den weihnachtskugeln hatte da noch genug platz und es ist immer ganz gut wenn man auch genug weiß hat dass ich das ganze auch in die mitte ziehen kann oder nach unten ziehen kann in dem fall so meine glocken besonders die erste glocke ist schon ziemlich voll ihr seht dass die form ist aber es ist ok ja jetzt ziehe ich mir wieder meine streifen das habe ich ja letztens auch gemacht nur mit der ganzen kugel wie gesagt und dann lasse ich das harz einfach seine magie machen ich will halt erreichen dass man wie so eine art schnee effekt bekommt mal gucken ob es mir gelingt das gleiche mache ich dann auch bei den glocken das hat dann so den effekt dass halt das harz was man runter zieht etwas dicker ist und das andere harz was noch am rand verweilt das zieht sich wie ein zarter weißer streifen in die mitte ihr wisst was ich meine hoffe ich so jetzt noch eben meine sternchen da gehe ich einfach von innen nach außen mit meinem dodging tool also nichts besonderes ich bin mal gespannt bei den stern ob das so gut war was ich mir da überlegt habe aber ich denke so bei den weihnachtssternen und oder bei den weihnachtsonamenten da kann man wirklich so wie man gerade denkt kann man einfach so seine designs machen ich glaube die werden immer toll und jetzt nehme ich mir meinen glitzer mix und gehe noch mal in die mitte von den stern ich habe gedacht das ist noch ein bisschen so ein stern darf ruhig auch ein bisschen mehr funkeln so und damit bin ich auch erst mal durch so das ist die nahaufnahme und ich bin schon sehr neugierig wie das ganze rauskommt mir gefällt das persönlich schon sehr sehr gut mit dem glitter und mit dem weiß sehr sehr edel ja und endlich können kann ich in form und ich bin echt so so gespannt ihr seht die ornamente die gehen wirklich richtig gut aus den formen raus auch da wo die aufhängung ist richtig toll also die die formen sind wirklich von hoher qualität und jeden die sind wirklich jeden cent jeden cent wert ja und dann schauen wir mal was ich da so wieder gestaltet habe ja das ist meine erste kugel und schaut mal ich finde die richtig toll ich finde die richtig niedlich mit den vielen glitzer also das das schimmert und glitzert und ja auch mit dem interference gold in meinem weiß dann ist das weiß nicht ganz so hart also mir gefällt das sehr sehr gut jetzt die sterne und die sind bestimmt sehr sehr glitzerig und funkelnd guck mal und die form ist keine holo form wozen shapes haben die gleiche form auch in holo variante und dann glitzert das noch mehr aber das gefällt das gefällt mir schon sehr sehr gut ja doch und jetzt noch die glocken ja und das gefällt mir auch gut doch ich bin zufrieden mit dem was ich da wieder gemacht habe die sind richtig niedlich ja ich würde mich freuen wenn ihr mir in den kommentaren sagt was ihr darüber denkt ob euch das video auch gefallen hat ob euch die kombination gefallen hat gerne einen daumen hoch wenn euch das video gefallen hat und wenn ihr noch kein abo habt ich würde mich riesig über ein abo freuen ich sag mal bis dann und passt auf euch auf eure petra tschüss